Hast du dir schon mal überlegt, was alles in deinem Leben schief gehen kann? Hey, verdammt nochmal, das ist eine ganze Menge. Du kannst Bauchspeicheldrüsenkrebs kriegen, du kannst durch die Prüfungen durchlaufen, die Frau kann dir weglaufen. Hey, du kannst mittags, wenn du dir ein Omelette brätst, kannst du das Ding ins Anbraten. Oh, hey, mess, weine! Das Leben steckt voller Risiken. Die sind alle unkalkulierbar und die sind alle brutal gemein, oder? Und ich habe mal eine Zeit lang in meinem Leben als Psychiater auf einer Depressionsstation gearbeitet. Und ich habe festgestellt, dass einer der wesentlichen depressiven Denkfehler darin liegt, dass man sich immer überlegt, was könnte denn alles passieren, wenn. Und wenn man mal anfängt, sich zu überlegen, was alles passieren könnte und wie schrecklich alles wäre, dann ist man schnell bei lauter Katastrophen, die einem im Leben passieren können. Und es ist aber häufig so, dass man tatsächlich, wenn man irgendetwas macht, natürlich etwas riskiert. Also, dass man riskiert, dass die Ergebnisse nicht so sind, wie man sie sich eigentlich wünscht. Tipp, wie gehen wir mit diesen Situationen um? Da gibt es die sogenannte Worst-Case-Technik. Schritt Nummer 1. Stell dir vor, was wäre die allerschlimmste Variante, die passieren könnte? Was wäre der allerschlimmste Outcome, wenn du irgendein Projekt anfängst? Also, angenommen, du würdest durch eine Prüfung durchfallen, was würde das schlimmstenfalls bedeuten? Du müsstest noch einmal neu lernen, deine ganze Berufskarriere wäre zum Teufel, deine ganzen Freunde, die würden alle über dich lachen oder die würden irgendwelche Kunden weglaufen, du kannst Beförderungen vergessen, wie auch immer. Schritt Nummer 1. Worst-Case-Technik. Stell dir vor, was wäre, wenn. Schritt Nummer 2. Akzeptiere das. Selbst, wenn du durch die Prüfung durchfällst und wenn die Kumpels dich alle auslachen und du die Beförderung nicht kriegst, nimm es an und jetzt überleg dir, was könntest du denn als Plan B dann hinterher machen. Plan B wäre beispielsweise, ja, das nächste Mal lernst du halt ein bisschen besser, du wechselst die Firma, du suchst dir Freunde, die wirklich zu dir stehen und so weiter und so fort. Also, du könntest dir überlegen, wie wäre deine Handlungsoption dann der nächste. Und dann Schritt Nummer 3. Mach dir bitte schön klar, es ist noch überhaupt nichts Schlimmes passiert. Du hast die Prüfung noch vor dir, du hast noch alles in der Hand, aber dadurch, dass du jetzt schon mal akzeptiert hast, dass es auch schief gehen kann und du dir auch einen Plan B zurechtgelegt hast, wäre das Scheitern gar nicht mehr so schlimm. Und jetzt Schritt Nummer 4. Tue alles, was du tun kannst, um die Sachen in die richtige Richtung zu lenken. Also lerne, ackere, büffle, guck, dass du deine gesamte Power in die Waagschale schmeißt, dass es eben nicht schief geht und du wirst feststellen auf diese Weite. Schlägst du sozusagen zwei Fliegen mit einer Klappe. Erstens hast du weniger Angst vor Niederlagen. Es wird nicht mehr so vieles Schlimmes geben, was dich wirklich erschüttern kann. Und zweitens, du tust alles, was du wirklich dafür tun musst, um das zu erreichen, was du erreichen willst.